Herzlich Willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice, wie man ein Makro ausführt Eine typische Methode, um ein Makro auszuführen, ist im Folgenden beschrieben Erstens verwenden Sie Extras, Makros, Makro ausführen, um den Dialog Makroselector zu öffnen Zweitens wählen Sie die Bibliothek und das Modul in der Bibliothekliste, linke Seite Zum Beispiel, meine Makros, Test 2, aufgenommen Drittens wählen Sie das Makro in der Liste, Name des Makros, rechte Seite, zum Beispiel LibOff Klicken Sie auf Ausführen, um das Makro auszuführen, als Viertens und Ausführen Obwohl Sie Extras, Makros, Makro ausführen jedes Mal benutzen können, um Makros auszuführen, ist dies keine effiziente Vorgehensweise für häufig genutzte Makros Sinnvoller ist es hierfür, ein Makro einer Symbolleiste, einem Menüpunkt, einem Tastaturkürzel oder einer Schaltfläche, die in einem Dokument eingebettet ist, zuzuweisen Bei der Auswahl einer Methode ist es auch gut, sich folgende Fragen zu stellen Soll das Makro nur in einem Dokument zur Verfügung stehen oder global für alle Dokumente? Bezieht sich das Makro auf einen bestimmten Dokumenttyp, wie zum Beispiel ein Kalkdokument? Wie häufig wird das Makro verwendet werden? Die Antworten werden bestimmt, wo das Makro gespeichert und wie es zugänglich gemacht wird Sie werden zum Beispiel ein selten verwendetes Makro wahrscheinlich nicht in der Symbolleiste einfügen Um einen Menüpunkt, Tastenkombination oder ein Symbol in der Symbolleiste für den Makroaufruf einzufügen, verwenden Sie das Dialogfenster Anpassen Öffnen Sie diesen Dialog mit Extras, Anpassen Der Dialog Anpassen enthält die Register, Menüs, Tastatur, Symbolleisten und Ereignisse Makros können der Symbolleiste hinzugefügt werden über Symbolleisten In der Registerkarte Menüs können Sie dann einen vorhandenen Menüeintrag bearbeiten oder neue Menüeinträge zum Aufruf von Makros erstellen Über die Registerkarte Tastatur ist die Zuweisung von Tastaturkürzeln möglich In der Registerkarte Tastatur findet man die Makros ganz unten Ebenso bei dem Symbolleisten hinzufügen findet man die Makros ganz unten im Bereich Und auch bei der Registerkarte Menüs befinden sich die Makros ganz unten im Bereich Wenn in LibreOffice etwas passiert, spricht man von einem Ereignis Oder Englisch Event Ereignisse treten zum Beispiel auf, wenn ein Dokument geöffnet, eine Taste gedrückt oder die Maus bewegt wird LibreOffice ermöglicht es Ereignissen ein Makro zuzuordnen, wenn das Ereignis eintritt Das Makro wird dann Eventhändler genannt Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Eventhändler konfigurieren Wenn Sie einmal angenommen einen Eventhändler für jeden Tastendruck konfigurieren Und dabei einen Fehler machen, sodass das Ereignis nicht richtig gehandhabt wird Kann es sein, dass das Programm bei jedem Tastendruck nicht mehr reagiert Und Sie LibreOffice beenden müssen Verwenden Sie Extras anpassen, um den Dialog anpassen zu öffnen Und wählen Sie die Registerkarte Ereignisse Die Ereignisse im Dialog anpassen, beziehen sich auf die gesamte Anwendung und bestimmte Dokumente Verwenden Sie das Feld Speichern in, ganz unten, um LibreOffice oder ein bestimmtes Dokument zu wählen Zum Beispiel jetzt hier LibreOffice Man kann zum Beispiel dem Ereignis Neues Dokument Das Starten eines bestimmten Makros zuweisen Das Makro führt dann bestimmte Setup-Aufgaben Für das Dokument durch Wählen Sie das gewünschte Ereignis Und klicken Sie auf die Makro-Taste Um den Makro-Auswahl-Dialog zu öffnen Makro Wählen Sie das gewünschte Makro und klicken Sie auf OK Um das Makro dem Ereignis zuzuordnen Zum Beispiel Meine Makros Test 2 Aufgenommen und LibreOff Und OK Die Registerkarte Ereignisse zeigt, dass ein Makro einem Ereignis zugeordnet wurde Zugewiesene Aktionen heißt es hier Wenn in dem aufgeführten Beispiel ein neues Dokument erstellt wird Wird das Makro ausgeführt Bestätigen mit OK Und Datei Neu Textdokument Das war User Power von OpenScreencast Ciao und viel Glück Textdokument 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 Textdokument